Es ist auch viel Druck für Paderborn. Das kann man nicht vergessen. Aber trotzdem, so ein geschlagener Boxer kann sehr gefährlich sein, weil er unter Umständen alles riskiert. Aber das wissen wir. Wir fahren da hin und kicken und wir haben nicht zu psychologisieren die ganze Zeit. Wir wissen, wie es ist und wir waren auch schon in der Situation, in der jetzt Paderborn ist. Letztes Jahr und außer einem Jahr, die Jahre davor auch, kann man auch viel Energie entwickeln. Aber wir sind dafür da, dass wir dann so Fußball spielen, dass das Paderborn nicht so gelingt, wie sie es gerne hätte.